Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Professor Eberhard Waffenschmidt, mal über das Thema Dunkelflaute sprechen. Das ist ja das neue Buzzword, was die Energiewende argumentativ verhindern sollte, weil es geht ja alles nicht, was ist, wenn der Wind nicht weht und was ist, wenn die Sonne nicht scheint. Eberhard, kannst du vielleicht mal einführen, was ist eigentlich überhaupt Dunkelflaute und was verstehen wir darunter? Ja gut, wie du schon sagst, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht, was machen wir dann? Also es geht natürlich nicht so einfach, dass wir dann die Solarzellen mit Scheinwerfern beleuchten. So einfach geht es leider nicht. Aber wir können natürlich versuchen, uns vorher den Strom zu speichern oder vielleicht dann weniger verbrauchen und gegebenenfalls Sachen nutzen, die eben den Strom dann brauchen, wenn gar keine dunkle Flaute ist. Aber gibt es denn überhaupt wirklich eine dunkle Flaute? Also ich meine, okay, nachts scheint die Sonne selten. Das sind wir uns, glaube ich, einig. Von daher muss man schon mal sagen, jede Nacht ist es dunkel, aber auch jeden Tag ist es hell, auch wenn man die Sonne nicht direkt sieht. Haben wir denn immer Flaute? Naja, immer Flaute stimmt jetzt nicht, aber es kommt schon mal vor, dass wir über mehrere Tage hinweg einfach bei weitem nicht genug Leistung mit Wind- und Solaranlagen erzeugen können, wie wir sonst bräuchten. Also es fehlt dann schon mehrere Tage am Stück was und da müssen wir uns was einfallen lassen für. Aber wir haben ja noch andere Dinge als Wind und Sonne, oder? Ja, genau. Wir können Biowassanlagen laufen lassen. Wir haben Wasserkraftanlagen, die laufen natürlich jetzt zur Zeit mehr oder weniger gleichmäßig durch. Das müssen wir ändern. Das heißt, da müssen wir dazu sorgen, dass diese Anlagen dann laufen, wenn tatsächlich Wind und Sonne nicht so viel liefern. Dazu müssen die tatsächlich umgerüstet werden. Aber wahrscheinlich ist eben, wir sagen ja immer, das Grot der zukünftigen Energieversorgung kommt ja von Sonne und Wind. Von daher ist es eben nie dann ohne Energie, weil wir haben Wasser, Bioenergie und so weiter. Aber wir werden schon die Zeiten haben, wo wir halt weniger erzeugen, als wir gerade an Bedarf haben. Ja, das kann passieren. Eine nächste Möglichkeit ist, dass wir dann den Strom von woanders herholen. Andersher heißt, wir müssen Netze ausbauen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt, wir sind hier in Köln, da gibt es tatsächlich mal Dunkel und Flaute gleichzeitig. Genauso haben wir in Frankreich irgendwann mal Dunkel und Flaute. Aber dass jetzt an beiden Stellen gerade Flaute ist, da ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer. Und wenn wir dann noch andere Gegenden, auch noch in Osteuropa, in Nordeuropa, Südeuropa dazu nehmen, dann wird es immer seltener, dass wir komplett eine Flaute haben. Ja, das ist vollkommen richtig. Allerdings können wir jetzt die Stromnetze in Europa nicht so weit ausbauen, dass wir unseren Strom komplett von aller Welt bei uns nach Deutschland reinholen. Das kann einen Beitrag dazu liefern, aber am Ende des Tages müssen wir schon sehen, wie wir zurechtkommen. Das heißt, das ist ja auch eine Akzeptanzfrage. Das heißt, diese vernetzte Welt ist zwar immer schön, aber wir kennen es ja überall, wo man Netze bauen will, wo Stromleitungen lang sollen. Da hat man riesige Widerstände. Eigentlich finden alle Netze gut, nur nicht halt, wenn sie gerade durch den eigenen Garten oder an der eigenen Ortschaft vorbeilaufen. Nö, dann müssen wir wohl selber was tun. Wie gesagt, es gibt ja Geräte, die nicht immer laufen müssen. Genau. Insbesondere, wenn wir halt dann auch über dieses Thema Sektorenkopplung ist ja auch so ein ganz modernes Wort. Und immer dann zum Beispiel, nur ein Beispiel, wenn wir Strom in Wärme umwandeln, unsere Häuser beispielsweise mit Wärmepumpen heizen, dann wissen wir, wir können die Wärmepumpen ausschalten und es wird eben nicht gleich kalt im Raum, weil wir immer Wärme gespeichert haben in den Böden, in den Wänden beispielsweise. Oder darüber hinaus können wir in Zukunft die eben auch noch sehr günstig in diesen Low-Tech-Warmwasser speichern, speichern. Und dann können wir zum Beispiel auf alles, was dann Heizenergie betrifft, während der Dunkelflaute einfach auch mal verzichten. Ja, und dann haben wir auch Elektroautos, die ja in Zukunft mit Batterien fahren. Und wenn man mal grob überschlägt, wenn bei uns jeder in Zukunft hoffentlich mit Elektroautos fährt, dann haben wir so viel Speicher, dass wir für mehrere Stunden, wenn nicht gar Tage, ja mit diesem Speicher arbeiten könnten. Ich habe da mal so eine Rechnung gemacht. Eigentlich argumentiere ich immer gegen Autos mit so riesigen Batteriespeichern, weil es ja auch einen ökologischen Impact hat. Aber selbst ein Auto mit einem 50 Kilowattstunden Speicher, wenn man durchschnittliche Fahrleistung von einem deutschen Auto nimmt, dann reicht das heute schon für eine komplette, fast eine komplette Woche Fahrleistung. Das heißt, wir haben unglaublich viel Speicherkapazität in unserem Auto. Wenn wir es mal diesen weitestgehend Umstieg auf Elektroautos haben, dann haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir schaffen es endlich auch, den Verkehr zu defossilisieren und haben gleichzeitig Speicherkapazität für unsere elektrische Energieversorgung. Aber ist das einzige an Speichern, was wir haben? Ja gut, da bist du ja der Fachmann für. Du hast ja immerhin schon ein Buch über Speicher geschrieben. Wollen wir jetzt hier nicht allzu sehr vertiefen, aber selbstverständlich haben wir natürlich solche riesigen Speicher wie die Pumpspeicherwerke, die natürlich auch wieder nicht Energie über eine sehr lange Zeit zur Verfügung stellen. Aber es ist ein Beispiel, wie wir eben auch einen Anteil zur Deckung dieser berühmten Dunkelflaute liefern können. Und dann haben wir ja aber noch das, was momentan der absolute Hype ist. Wir machen alles mit Wasserstoff, Eberhard, oder? Ja, das habe ich auch so verstanden. Denn Wasserstoffspeicher sind einfach konkurrenzlos günstig, wenn man sie richtig groß baut. Das ist der Trick dabei. Also Wasserstoff kann man in sogenannten Kavernen, also in ausgehöhlten Salzstöcken unterbringen. Und der Ausbau eines solchen Salzstocks ist wirklich konkurrenzlos billig. Also unser Kollege Uwe Sauer an der RWTH Aachen hat einmal überschlagen, wenn wir den Salzstock um die Kapazität für eine Kilowattstunde erweitern, dann kostet das 50 Cent. Wenn wir stattdessen eine Batterie für eine Kilowattstunde kaufen, eine Lithium-Ionen-Batterie, dann können wir froh sein, wenn wir sie für 100 Euro bekommen. Und das ist wirklich noch unschlagbar günstig derzeit. Das ist auch nur die eine Seite der Medaille. Ich muss auch sagen, der Speicherung von Wasserstoff ist zwar unglaublich billig, aber die Wandlung von Strom in Wasserstoff, das heißt die Technologie für die Elektrolyseure, die ist dafür wieder sehr teuer. Und wir haben auch hohe Wirkungsgradverluste. Das heißt, wenn wir jetzt nur auf dieses Mode-Thema Wasserstoff setzen, heißt das, wir brauchen aufgrund der Verluste eben viel mehr Solaranlagen, viel mehr Windkraftanlagen. Von daher sollte das eben nur eine Komponente von dem Ganzen sein. Der würde das Ganze mit Batterien eher machen? Definitiv nicht. Aber den ganzen Blumenstrauß, den wir jetzt diskutiert haben, angefangen von den Elektroautos, von dem Demand-Site-Management mit Sektorenkopplung über die Ausgleich von Netze, über Bioenergie und Wasserkraft bis hin eben auch zur Wasserstoffspeicherung und deren Derivate wie Methan und so weiter, gibt uns so viele Möglichkeiten, damit wir das Thema Dunkelflaute zwar als Herausforderung begreifen müssen, aber es kein Problem ist. Schön. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir das politisch hinkriegen. Aber da unterhalten wir uns, glaube ich, noch andermal drüber, oder? Da würde ich auch sagen, da hast du ja schon Ideen entwickelt mit dem Solarförderverein. Da machen wir ein extra Video draus. Okay, Ingo, bis dann. Gut, recht herzlichen Dank und schönen Tag noch. Gut. etiquette. Elliot Sprecher Gut. Gut.